So, liebe Freundinnen und Freunde, hier sind wir jetzt nun vor dem Außenministerium, wo Sigmar Gabriel, wenn wir momentan noch residiert, der da sagt, es gebe keinen Deal, denn die Türkei habe für Deniz Yükselz Freiheit nichts gefordert und sie habe auch nichts bekommen. Die Dreistigkeit der Lügen dieses Außenministers sind kaum noch in Worte zu fassen. Die Dreistigkeit der Lügen des Außenministers sind kaum noch in Worte zu fassen. Die Dreistigkeit der Lügen des Außenministers sind kaum noch in Worte zu fassen. Die Dreistigkeit der Lügen des Außenministers sind kaum noch in Worte zu fassen. Dünnen bergumana amelgen, gülönsün adnirgen, gülönsün adnirgen, gülönsün adnirgen.